Oh, ich muss in meine P99-Money reintun. Hier, die Boost-Money. Die Leuchtspur-Money. Hehehe. Ja, ja. Komm schon. Echt, das Team wurde jetzt komplett neu aufgestellt. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Ich bezweifle es eher, aber... Mal hoffen, dass wir eine Chance haben, sonst... wäre das alles ja reichlich sinnfrei. Und hier habe ich eine super Voraussetzung. Okay, da oben ist noch jemand. Da sind auch zwei Leute, wenn ich nicht mehr... Komm, hol den aus. So. 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 So, die Mini brauche ich. Und weiter geht's. Ich weiß, es sollte langsamer vorangehen, oder? So, dich habe ich noch. Was wollte ich mir noch entgegenwerfen? So. Leute. Ja, hier. Wir müssen hier zu zweit sitzen. Das kann uns wenig passieren. Hallo. So. Nein, du tust meinen Kameraden nichts weiter an. Ich brauche sie noch. Okay, Aegis. Hol ihn dir von hinten. Danke. Und fertig. Also, das Team gefällt mir mal sehr stark. Oder sehr gut. Wie auch immer ihr es ausdrücken wollt. Scheiß, ich brauche Muni. War das der Scheiß-Sniper? So. Dich habe ich. Die Muni brauche ich. Lack mich doch am Arsch. So, dann warte ich jetzt mal hier vorne. Nein. Mich holst du nicht. Ich brauche die Muni nicht drüber laufen. So. Need ammo. Okay, bei der 10er-Serie ist das dann so. Ach, scheiße.